Ja, mein Name ist Matthias Möller und meine Aufgabe ist es als Coach, wenn Lebensknoten sich verdichtet haben, wenn man sich in seiner Beziehung nicht mehr wohl fühlt, wenn man im Beruf an irgendeinen Knoten gelangt ist, wo es nicht weitergeht oder sogar die Schnur abreißt, die Karriereschnur oder die Laufbahn, wenn es in der Schule kompliziert wird, in der Familie, aber eben auch im persönlichen Leben Dinge nicht mehr stimmen, den Menschen zu helfen, diese Knoten zu lösen und dann geradlinig einen selbstbestimmten Weg zu wählen und Entscheidungen wieder frei und würdig zu treffen. Und eine Geschichte, die ganz gut zeigt, warum wir mit eigener Reflexion oft nicht weiterkommen, ist die Geschichte von Mullah Nasruddin und sein Ring. Mullah Nasruddin sucht auf dem Platz vor seinem Haus und wühlt da und sucht da in Staub und dann kommt der Bürgermeister und sagt, ja Mullah Nasruddin, was machst du da? Und er sagt, ich suche meinen Ring. Also fängt der Bürgermeister auch an, alles abzusuchen auf allen Vieren. Und dann sagt der Bürgermeister, wir suchen den Ring von Mullah Nasruddin, also sucht der Dorfbüttel mit, dann kommt der Fischhändler, dann kommen die Nachbarn und irgendwann ist das ganze Dorf versammelt und sucht da auf allen Vieren nach den Ring. Und nachdem sie ein paar Stunden suchen, sagt der Bürgermeister zu Mullah Nasruddin, Mullah Nasruddin, bist du denn sicher, dass du den Ring hier verloren hast? Und dann sagt Mullah Nasruddin, nein, verloren habe ich ihn im Keller, aber dort ist es zu dunkel zum Suchen. Ja, wir suchen dort, wo unsere Einsicht, unser Licht, unsere Gewohnheiten hingehen und wo wir von unseren Konstitutionen und von unseren Konditionierungen hingeprägt sind und oft nicht dort, wo die Lösung liegt. Und deshalb brauchen wir oft die Unterstützung anderer Menschen oder eines Profis. In jedem Fall wünsche ich Ihnen, dass diese Geschichte Ihnen erhellende Einsichten über Ihr eigenes Suchen und Finden gibt und freue mich auf das Wiedersehen bei einem neuen Video mit einem neuen Tipp oder einer neuen Geschichte. Bis dahin Ihnen alles, alles Gute und viel Licht in Herz und Seele. Ihr Matthias Möller